Tochter von Klaus Schwab. Klima-Lockdowns werden kommen. Ob die Menschen es wollen oder nicht, Ausrufezeichen. Israel setzt erste Klima-Lockdown-Maßnahme. Das ist wie ein Film, Digga. Also teilweise kann man es echt nicht glauben mehr. Covid hat es ermöglicht, dass aus vermeintlich vorübergehenden Maßnahmen zwei Jahre lang Notfallbeschränkungen wurden. In israelischen Nationalparks ist das Wandern für einige Tage verboten. Die Wanderwege wurden gesperrt. Begründet wird das mit der Hitze. Ey, Digga, ich kann darüber nur noch lachen, weil das ist einfach... Die ziehen das echt durch, Bro. Fuck. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Ich musste mich eben befreien wieder von meinem Oberteil, weil es einfach... Es ist einfach so heiß. Es geht einfach nicht, Digga. Sorry, aber es muss sein. Und zwar werden wir uns jetzt ein Video reinziehen, mal wieder, von Kai Brenner, per Du mit dem Leben. Haben wir uns letztes Mal schon reingezogen. Fand ich einen sehr sympathischen Dude. Und jetzt habe ich ein Video gefunden im Discord, welches heißt Tochter von Klaus Schwab. Klima-Lockdowns werden kommen. Ob die Menschen es wollen oder nicht, Ausrufezeichen. Ich bin gespannt. Ich wusste gar nicht, dass die Tochter von Klaus Schwab auch irgendwie in der Politik involviert ist und da irgendwie auch was zu melden hat und so. War mir selbst nicht bewusst. Ich bin gespannt, wie sie aussieht, was sie erzählt. Wenn es die Tochter von Klaus Schwab ist, dann wird sie wahrscheinlich in dieselbe Richtung tendieren. Wir gehen rein ins Video. Gerne Daumen nach oben dalassen, Kommentar schreiben. Liebe geht raus an die ganze Community. Gerne auch mal auf Twitch mit vorbeikommen und unten den Rumble-Kanal natürlich abonnieren. Und was ihr auch tun könnt, wenn ihr Bock habt, dass es hier weitergeht, wenn ihr den Content zu schätzen wisst und sagt, ja, ich will den Bruder unterstützen, gibt es unten mittlerweile einen Button, der heißt Thanks. Und damit könnt ihr mir ein kleines Geschenk machen an der Stelle, wenn ich das so sagen darf. Also, wenn ihr Bock habt, dass es hier weitergeht und den Content zu schätzen wisst, macht es gerne. Ich liebe euch auf jeden Fall. Wir gehen jetzt rein ins Video. Let's go. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich zu diesem neuen Video heute. Ja, mit Artikeln, die im englischsprachigen Raum gerade geteilt werden, die ein Video zeigen von der Tochter von Klaus Schwab, Nicole Schwab. Klaus Schwab's Daughter. Covid was precursor to coming climate lockdowns. Mit den überschrittenen Klima-Lockdowns werden kommen, ob die Menschen es wollen oder nicht. Ja, was sagt Nicole Schwab da und vor allem, was ist die Vorgeschichte dazu? Das ist wichtig zu verstehen. Die jutzte Nicole. Deswegen, ja, nehme ich dich mal mit auf eine kleine Zeitreise. Also, was zur Corona-Zeit passiert ist, das hast du ja mitbekommen. Nimm uns mal mit auf die Zeitreise, mein Jutzter. Und wie aber Politiker und auch NGOs, wie zum Beispiel das WEF. Das hatte Kianos gesagt vor Monaten, krass. Ja, habe ich auch schon vor einer langen Zeit gesagt, dass wahrscheinlich die nächste Art von Lockdown ein Klima-Lockdown sein wird. Ich bin überzeugt davon, dass sie diesen Schritt, den sie gemacht haben und gemerkt haben, wie einfach es ist, Menschen einzuschränken mit einer Grippewelle, dass sie das nicht so schnell wieder aufgeben können und dass sie auf jeden Fall mit dem nächsten Ding um die Ecke kommen müssen, damit die Menschen in diesem Status bleiben, dass es normal ist, vom Staat eingeschränkt zu werden. Und Angst vor irgendwas zu haben, das darf man ja nicht aufgeben. Also, wenn du in dieser Position bist und das als oberstes Ziel hast, deine Bevölkerung zu kontrollieren und zu steuern, dann darfst du das natürlich nicht aufgeben. Sich dann darüber freuen, sozusagen, wie einfach das ging, wie schnell das ging, das spricht dann natürlich Bände und daraus kam... Ja, ich sag euch ehrlich, ich bin mir fast sicher, dass die Leute, die dafür verantwortlich waren, dass das passiert, so wie es passiert, dass die schockiert waren, wie einfach es ist. Also, wie schnell die Leute sich einschränken lassen, obwohl schon Sachen wie Schweinegrippe vorhatten. Also, mega viele Beispiele eigentlich da waren, wie diese Sachen genutzt werden und was da dahinter stecken könnte eventuell. Aber trotzdem alle da mitmachen. Ich glaube, die saßen in ihren Büros zu Hause und haben sich gedacht, krass, es ist ja echt einfach. Okay, wir müssen weitermachen. Auch ablesen, naja, wird das wieder passieren? Oder war das natürlich wieder alles ein Zufall und eine einmalige Sache? Wir gehen das mal durch. Vorab, man muss eben wirklich diese... Song Wukong sagt, was machst du, wenn der nächste Lockdown kommt? Es kommt ja nicht nur Lockdown, sondern auch künstliche Stromknappheit, weswegen alle freiwillig in die 15-Minuten-Städte drängen werden. Ich bin hier in Mexiko, Bro. Ich mache mir über sowas noch keine Gedanken, weil ich glaube, wenn das kommt, dann kommt es hier zum Schluss. Hier gibt es viele Mächte, die dagegen halten. Das hast du auch in der Corona-Zeit gesehen. Schweden, Mexiko. Es gab nur zwei, drei Länder auf der Welt, wo du noch normal leben konntest. Und hier war einer davon. Deswegen bin ich hier relativ sicher, glaube ich. Man muss aber natürlich schauen... Also ich muss natürlich schauen, was mit meiner Familie dann ist. So, weißt du? Die werde ich natürlich dann auch da rausziehen, wenn sowas kommt. Aussagen, das sind ja auch oft Andeutungen, in einem größeren Zusammenhang sehen. Und das WEF ist ja wirklich ein sehr einflussreicher, sagen wir mal, Think Tank für die Ideen unserer Politiker. Und auf wundersame Art und Weise mutieren dann Menschen, die in der Politik auf einmal ja Experten für Viruserkrankungen waren, auf einmal zu Experten für Klimageschichten und brüsten sich dann mit Hitze und allen möglichen Dingen. Der Lauterbach der Jutzte war. Und man merkt schon, dass dahinter auf jeden Fall Berater stehen müssen, die ihnen diese Ideen in die Ohren... Song Wukong sagt, also muss ich jetzt nach Mexiko kommen. Bro, das ist deine Entscheidung, was du tust oder was du nicht tust. Weißt du? Aber ich glaube, dass du in Zukunft in Europa, gerade in Deutschland, nicht mehr wirklich frei sein wirst. Ich glaube, die Entwicklung wird dahin gehen, die neue Realität, hat Klaus Schwab ja selber gesagt. Das ist der Anfang dieser neuen Realität, wir müssen uns daran gewöhnen. Ich glaube, die lassen da so schnell nicht mehr los. Deswegen muss man sich definitiv, wenn man frei sein möchte, Alternativpläne machen. Wer das nun immer ist, ist die Frage. Aber das WEF ist ja nun eine der bekanntesten Institutionen. Snopes.com schreibt dazu, das WEF ist eine internationale Nichtregierungsorganisation, die nach eigenen Angaben, Zitat, die führenden Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und anderen Bereichen der Gesellschaft einbindet, um globale, regionale und industrielle Agenten zu gestalten. Ich muss so lachen, das ist ja wirklich freundlich ausgedrückt, dass jemand sagt, na pass mal auf, wir holen... Wir versuchen das immer so schön positiv auszudrücken. Das sind hier die einflussreichsten Menschen, damit wir unsere Ideen, also es wird ja oft im Zuge der Ideen des World Economic Forums als die Globalisten gesprochen, um diese Ideen sozusagen über die Politiker als öffentliche Meinung kundzutun. Und wie das passiert, sehen wir in allen möglichen Twitter-Posts von allen möglichen Ministern, also nicht nur hier aus Deutschland, sondern halt auch weltweit. Ja, also sehr schön, das ist auf jeden Fall das, was das WEF tut, nach eigenen Aussagen. Und es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten der Einflussnahme, also zum Beispiel die Bill & Melinda Gates Foundation war ja sehr aktiv, also ist ja immer schon sehr aktiv gewesen, aber wenn man mal schaut, das Robert-Koch-Institut hat ja mehrere hunderttausend Euro bekommen, die Charité wurde finanziert, natürlich auch Privatunternehmen, aber eben auch einzelne Persönlichkeiten wie der Artikel Gekaufte Künstler schön veranschaulicht. Ja, ich will da jetzt gar nicht drauf eingehen, aber du merkst, da passiert viel im Hintergrund, wo eben... Krass, dieser Typ, den kenne ich doch auch, Eckart von Hirschhausen, erhält von Bill Gates Stiftung hunderttausend monatlich. Ja, Geld fliegt und nach vorne hin dann eine Meinung kundgetan wird und wo natürlich schwer ist nachzuweisen, naja, ist diese Meinung gekauft, aber wenn es halt eben, ich sage mal, der Sichtweise dieser... Bill und Melinda, die machen schon lange auch im Thema Impfungen so, ne? Die haben schon einige Sachen auch durchgezogen in Afrika und so. Crazy Geschichten, müsst ihr euch mal mit beschäftigen. Wenn man die Organisation, dieser Institution insgesamt entspricht, dann ist das natürlich schon sehr auffällig. Ja, und das WEF hat ja die Idee der Klima-Lockdowns vorangetrieben, seit Covid zum ersten Mal auftauchte. Das ist hier zum Beispiel auch ein Artikel, ein Beitrag von ihm selbst, also auf Englisch My Carbon, an Approach for Inclusive and Sustainable Cities. Also, dass sozusagen gezeigt wird, wie den Menschen die Idee eines persönlichen Umgangs mit ihrem CO2-Fußabdruck beigebracht wird und wie das dann halt in die zukünftigen Städte einfließen soll. Gehen wir gleich noch drauf ein. Aber jetzt erstmal zu diesem Video von Klaus Schwabs Tochter Nicole Schwab, Auf Rumble? Nach eigenen Aussagen sagt sie... War? Rumble unten in der Beschreibung verlinkt, meine lieben Freunde. Die Zukunftsplattform für alle Freidenkenden. Die Corona-Zeit eine enorme Chance war, dass wir alle den Great Reset erleben und vor allem auch, also das ist natürlich besonders... Robson sagt gerade, Bill darf nicht mehr nach Indien einreisen wegen Impfversuchen an Mädchen. Ist dein Ernst, Digga? Ohne Scheiß? Das wusste ich nicht. Ich weiß nur, dass er in Afrika auf jeden Fall auch schon viel geimpft hat und dass es dann auch so war, dass... Also mit Impfungen rumgetestet hat und dass es dann so war, dass viele Frauen dann keine Kinder mehr kriegen konnten und so. Davon habe ich was gesehen. Aber mit Indien habe ich das gar nicht mitbekommen. Gravierend, dass ihre Ideologie gerade bei Jugendlichen ansetzen sollte. Und ich weiß genau, was du jetzt gerade denkst, wenn du zum Beispiel an Klimakleber denken musst und vor allem erinnere ich daran, wie die sich finanzieren, durch vor allem Spendengelder, die kommen von... Ja, wer weiß das schon genau? Also das ist schon alles sehr interessant, wenn man mal diese Aussagen, die Puzzleteile zusammenfügt. Und wir gehen mal kurz zurück in den Februar 2022. Da hat The Hill einen Meinungsartikel veröffentlicht mit dem Titel Coming soon... Climate Lockdowns. Krass! Ey, ich finde das alles so surreal, ne? Climate Lockdowns. Auch damals schon bei Corona. Sorry. Auch damals schon bei Corona, dass die Sachen, die so als Verschwörungstheorien abgetan werden und wo man ja selber auch am Anfang, wo man noch nicht richtig wusste, okay, was läuft hier jetzt eigentlich gerade? Ähm, wer aber noch nicht richtig wusste, so in was für eine Richtung das geht und dass es halt wirklich so ist und es haben damals auch schon Leute gesagt, dass mit den Lockdowns wird nie wieder aufhören und das ist der erste Schritt und dann so eine Klaus Schwab stellen sich dann hin und reden dann auch davon und dann trifft das wirklich ein. Also das ist, ey, das ist wie ein Film, Digga. Also teilweise kann man es echt nicht glauben mehr. So. Das ist krass, das ist krass. Und das immer noch Leute... Ja, es ist einfach crazy. Guck mal, wann dieser Artikel veröffentlicht wurde. Am 2.2.22 Uhr, 9.30 Uhr. Krass, Digga. Das ist crazy. Idee ursprünglich her und übersetzt, schreiben Sie, die letzten zwei Jahre waren eine Checkliste für die schlimmsten Impulse der Regierung und der öffentlichen Meinung. Covid hat es ermöglicht, dass aus vermeintlich vorübergehenden Maßnahmen zwei Jahre lang Notfallbeschränkungen wurden. Das ist krass. Ich schwör's dir. Und ich weiß selber noch, wie ich mich hingesetzt habe, nach meinem ersten Video das zweite Video gedreht hab und dann gesagt hab, so, ihr werdet euch noch umgucken, wenn die Maßnahmen nicht nur zwei Wochen gehen, wie sie es am Anfang gesagt haben, sondern eventuell Monate gehen oder ein Jahr oder zwei Jahre. Und dann haben mich Leute dafür ausgelacht. Aufs feinste, Digga. Haben darauf reagiert. Diese ganzen YouTuber-Konsorten, die Mainstream-Jungs innen, ne? Die die ganzen Scheiß-Propaganda fressen und das auch nach außen tragen und alle bekämpfen, die nicht die Propaganda fressen, so. Diese ganzen Kelbs, die haben sich dann hingesetzt, haben darauf reagiert, haben sich totgedacht. Ah, guck mal, was für ein Verrückter und so. Ahaha, guck mal, was der sagt. Was für zwei... Du sollst einfach nur eine Woche zu Hause bleiben. Was holst du so rum? Bla, 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 bla. Habt ihr alle gesehen, ne? Wenn Covid nur der Auftakt war und eine andere ausgerufene Krise das Hauptereignis ist, wenn im Namen des Gemeinwohls nach und nach erhebliche, aber partielle Beschränkungen eingeführt werden, kann dies zu einer umfassenden staatlichen Kontrolle führen, die relativ wenig Gegenreaktion nach sich zieht. Die Angst vor dem Klimawandel könnte angesichts des Präzedenzfalls eines immensen Machtzuwachses der Regierung und der großen Unterstützung für weitreichende staatliche Maßnahmen zu langfristigen, sanften Abregelungen führen. Also die berühmte Salami-Taktik. Und wenn man halt eben das weiter spinnt, dann ist das ja genau das, was viele alternative Forscher halt eben auch dem WEF und anderen Institutionen nachsagen, dass sie sozusagen eine globalistische Agenda verfolgen und natürlich vorne heraus etwas darstellen, was aber hinten raus letztendlich ihrem Machtzuwachs dient. Und das natürlich, das hinter der Politik steht, aber durch verschiedenste Maßnahmen in die Politik und dann halt eben auch in die Köpfe der Menschen eingepflanzt wird. Hashtag Stay Home. Wie ein Film war das alles einfach rückblickend. Ich war am meisten schockiert davon, wie viele Leute das fressen und mitmachen so. Und das dann in ihre Story reinposten und sagen, ja man, ihr müsst das tun, ihr müsst das. Also alle so einen verlängerten Arm von Klaus Schwab gespielt haben so. Als ob die Geld damit auch verdienen. Oder als ob die irgendwas davon haben so, weißt du. Das ist krass. Also es war ein riesengesellschaftliches Experiment auch, was mir einiges gezeigt hat über unsere Gesellschaft. Und ja, da habe ich mich noch mehr wie ein Alien gefühlt als vorher. Obwohl ich mich vorher schon immer so ein bisschen anders gefühlt habe, habe ich mich danach komplett anders gefühlt. Ja, und Klima-Lockdowns, also natürlich nicht unter dieser Bezeichnung. Es gibt natürlich einige Zeitungen, die darüber schreiben. Also zum Beispiel hier TKP, AT, sie schreiben Israel setzt erste Klima-Lockdown-Maßnahme. Israel, ja, echt, ja. Natürlich passiert das auch wieder Schritt für Schritt. In israelischen Nationalparks ist das Wandern für einige Tage verboten. Die Wanderwege wurden gesperrt. Begründet wird das mit der Hitze. Ey, Digga, ich kann darüber nur noch lachen, weil das ist einfach, das ist einfach. Die ziehen das echt durch, Bro. Fuck. War es ja so, dass in israelischen Nationalparks erst mal das Wandern verboten wurde und andere Gebiete wurden abgeriegelt. Da wurde gesagt, hey, es ist einfach zu heiß, hier darf jetzt keiner mehr hin. Aber auch hier völlig ohne rechtliche Befugnis. Und das ist so, wenn man das mal anschaut, wieder ein erster Schritt genau in diese Richtung. Und dann wird halt... Es gibt gar keinen Unterschied mehr zwischen Filmen und der Realität. Ist euch das mal aufgefallen, Digga? So ein Barbie-Film zum Beispiel. Das ist Reality, Bro. Das, was er hier erzählt, hört sich an wie ein Film. Das ist alles... Das ist alles... Das ist das Gleiche geworden fast. Schaut, wie reagieren die Menschen? Kommt dagegen? Wenn du so guckst, auch mit der Entwicklung von AI und so. Das ist Movie. Das ist filmreich. Wie stark ist die Reaktion vielleicht? Und wenn die gering ist, weil die Menschen schon genug dieses Narrativ gefressen haben, oh ja, es ist heiß, stimmt und es ist ja auch gefährlich oder was auch immer, dann gibt es danach den nächsten Schritt und auch den nächsten Schritt. Ja, ganz interessant. Deutschland ist da an genau der gleichen Stelle. Wenn jetzt Leute sagen, ja, Israel, das Bundesverfassungsgericht, das ist hier von Achgut, stellt die Grundrechte auch schon unter Klimavorbehalt. Also, das ist ein Urteil aus dem Bundesverfassungsgericht. Das ist auch schon, ich glaube, anderthalb Jahre her. Da schreiben sie, künftig können selbst gravierende Freiheitseinbußen zum Schutz des Klimas verhältnismäßig unverfassungsrechtlich gerechtfertigt sein. Gerade deshalb droht dann die Gefahr erheblich. Obwohl die Wissenschaft noch nicht mal richtig erklären kann, wie das Klima überhaupt nicht verändert und funktioniert so. Gibt es schon Sachen, echt so Grundrechtsgeschichten und so? Das ist doch krass, Decker. 29.04.21. Und sich hier Freiheitseinbußen hinnehmen zu müssen. Also, wir sind eigentlich schon an diesem Punkt, wo wir uns fragen müssen, kommt nach Zero-Covid nun Zero-CO2? Und jetzt mal zu den Artikeln. Das ist hier von People's Voice, die natürlich etwas vollmundig konstatieren, dass Nicole Schwab behauptet hat, dass jetzt permanente Klima-Lockdowns kommen werden. Ob die Menschen es wollen oder nicht. So direkt hat sie es natürlich nicht gesagt. Was hat die denn gesagt, mein Jutzer? Was sie genau gesagt hat, da gehen wir jetzt gleich mal durch. Und zwar sagt sie... Das ist interessant jetzt hier. Diese... Nach acht Minuten kommt er zum Punkt. Aber es war ein gutes Warm-up. Die Covid-Krise hat uns gezeigt, dass sich erstens die Dinge sehr schnell ändern können, wenn wir uns darauf konzentrieren und wenn wir die unmittelbare Bedrohung unserer Lebensgrundlage spüren. Und zweitens, dass das System... Die Frage ist, warum spüren wir das? Warum? Wegen Medien und Politik. Hätten die Medien nicht so eine krasse Propaganda geschoben? Hätte die Politik nicht so einen Affenzirkus daraus gemacht? Hätte kein Schwanz von Covid mitbekommen? Keiner. Das ist einfach Facts. Und Leute, die sich heute immer noch hinsetzen und das verteidigen wollen, sind einfach lost, meiner Meinung nach. Corona war ein Scam. Ich sag's offiziell so, wie ich es von Anfang an auch gesagt habe. Wir hätten das alle nicht mitbekommen, wenn nicht die ganzen Medien damit voll gemüllt werden wurden. So. Es ist einfach so. Vorher hatten... Da könnt ihr mir auch sagen, was ihr wollt. Da gibt's noch Leute, die sagen, ja, aber die Krankenhäuser und so. Die Krankenhäuser waren nie überbelastet. Waren nie überbelastet in der Zeit. Und es war nie schlimmer, als es auch zu den Jahren davor war. Vergleichst du alle Zahlen miteinander, dann wirst du das sehen. Dann wirst du's merken. Todesfälle etc. pp. Das war alles an der Nase herbeigezogen, um uns Angst zu machen und einzuschränken. Komplett. Eindeutig nicht nachhaltig ist. Und jetzt kommen die, ja, schon einschneidenderen Sätze. Ich sehe es also als eine enorme Chance, diesen Great Reset zu erleben. Und diese riesigen Geldströme, die größeren Hebel, die die politischen Entscheidungsträger heute haben, auf eine Art und Weise zu nutzen, die vorher nicht möglich war, um einen ... Er lacht sich tot noch. ... zu schaffen, der nicht schrittweise erfolgt, sondern auf den wir zurückblicken und sagen können, dass dies der Moment war, in dem wir ... Als eine Opportunity, als eine Möglichkeit. Guck mal, wie die das schaffen, solche Geschichten positiv auszudrücken. Obwohl es eigentlich ... Das ist faszinierend. ... nicht begonnen haben, die Natur in den Mittelpunkt der Wirtschaft zu stellen. Also du merkst schon, dass ... Also es wird halt komplett verdreht. Es versucht jemand in einem Schritt sozusagen wirklich an einem großen Machtzuwachs zu kommen und sagt aber natürlich, also weil die Menschen, wenn sie das merken, sie würden ja total aufbegehren, müssen wir irgendwas vorschieben sozusagen. Also der alte Trick, auch die gute hegelsche Dialektik, wenn du etwas einführen möchtest in die Gesellschaft, was die aber überhaupt nicht will, dann kannst du nicht sofort damit kommen, sondern du musst zuerst ein Problem schaffen und das, was du einführen möchtest, das ist dann halt eben die Lösung. Nur dann können die Menschen es annehmen. Und nun denk mal drei Jahre zurück. Was ist da passiert auf wundersame Art und Weise und welche Lösung wurde dann präsentiert? Die Todesgrippe ist um die Ecke gekommen. Die Menschen vielleicht gesagt hätten, naja, das ist ja noch recht wenig erforscht und vielleicht mache ich das dann doch lieber nicht. Und das passiert eben immer wieder. Also wenn irgendwas gemacht werden soll, dann wird zuerst ein Problem erschaffen. Und natürlich glauben immer noch viele Menschen, ja, die Politiker sind doch überfordert und die wissen doch gar nichts davon. Ja, genau. Serhat sagt eins in den Chat, wer sich einen gefälschten Impfausweis besorgen musste. Serhat schluss in die Hälfte. Ich habe es so geschafft. Ich habe mich so durchgescamt, weil ich bin mir dessen bewusst, dass ich eine Person des öffentlichen Lebens bin. Und dass ich da noch ein bisschen mehr aufpassen muss als die meisten Leute, so weißt du. Die können mich da echt auf den Kicker haben teilweise. Vor allen Dingen, weil ich noch der bin, der in Deutschland als allererstes über diese ganzen Sachen kritisch geredet hat und sich hingesetzt hat und gesagt hat, dass es ein Scam ist. Aber alle beim WEF und bei anderen Institutionen und bekommen diese Ideen mitgegeben. Ja gut, aber bleiben wir mal hier bei Nicole Schwab, weil sie sagt noch weitere Dinge, die man halt auch jetzt schon spürt. Sie sagt, einer der wichtigsten Reflexionspunkte ist hier auch die Einbeziehung der Jugend. Und für mich geht es wieder um den Wandel in der Denkweise der Generation der Restauratoren. Die wollen halt echt zu diesem extremen Wandel zur Normalität machen. Das hat der Klaus Schwab auch oft gesagt. Das ist die neue Normalität. Seine Tochter redet jetzt auch schon genauso, als ob wir uns auf irgendeine neue Realität einstellen müssen und darauf vorbereiten müssen, dass wir bei den Kindern ansitzen. müssen und so. Das ist aber alles die Realität, die sie selber erschaffen wollen. Das hat gar nichts mit der Realität zu tun. Das ist die Matrix. Weißt du, was ich meine? Auf eine neue Art und Weise. Und da muss man halt gewappnet sein. Und meiner Meinung nach geht es am besten, wenn man sich einfach zurückzieht von diesem ganzen Social-Media-Scheiß und von diesen ganzen Entwicklungen, die da passieren und sich mit der Natur zurückconnectet. Tiere beobachtet, Bro. Im echten Leben lebt so. Am besten raus aus der westlichen Welt geht. Irgendwo lebt mit der Natur verbunden. So wie ich das hier in Mexiko zum Beispiel mache. Um davor gewappnet zu sein. Weil das heißt noch lange nicht, dass wir diese Entwicklung durchziehen müssen. Weißt du? Wir müssen da nicht mitmachen. Es ist kein Muss. Das ist unsere eigene Wahl. Die stellen das oft so dar, als ob es ein Muss ist. Und als ob wir das tun müssen. Und als ob wir uns daran gewöhnen müssen. Aber wir müssen es nicht. Wir müssen es nicht. Wir haben immer noch unsere eigene Wahl. Ich schwör's dir. Lasst euch das nicht eintrichtern, dass ihr keine Wahl habt und dass es keinen Ausweg gibt und solche Sachen. Gibt es. God is great. Und der hat für jeden einen Ausweg, wenn er es möchte. Weißt du? Auch hier merkt man schon wieder, naja, also was passiert denn jetzt gerade mit Fridays for Future, die letzte Generation. Das ist ja, also nicht nur, dass da wirklich eine Überzeugung stattfindet, dass es jetzt gerade so krass ist wie nie. Und die Jugend, denen fehlt ja komplett die Erfahrung, dass vor 40 Jahren genau die gleichen Argumente, genau die gleiche Angstmache, genau das gleiche Narrativ schon gemacht wurde. Krass. August 1975. Der Klimawandel war noch nicht erfunden. Greta war noch nicht geboren. CO2 war ein Bestandteil der Atemluft. Und die Grünen waren irgendwelche Öko-Kommunisten, die die Frösche retten und Rabattmarken vom Reformhaus sammelten. Trotzdem war es im Sommer heiß. Ach du Scheiße, echt jetzt, Digga? Also es war schon vor 40 Jahren heiß im Sommer. Also das ist eine Information mal jetzt hier gerade, die schockiert mich echt wirklich gerade. Es war mal warm. Wir hatten schon mal 40 Grad in Deutschland. Auch vor dem Klimawandel quasi. Crazy. Das ist crazy, Digga. Es gibt bestimmt Kids, die denken, dass es früher nie warm war, ne? Das ist ja heftig. Also wenn man alte Artikel sich raus... Man, es hat sich eigentlich an der Welt wenig verändert seit 2020. 2020, wo Corona um die Ecke gekommen ist, hat nur hier im Kopf was verändert bei uns Leuten, bei uns Menschen. Die wollen unseren Kopf ficken. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. So. Und Corona hat da angesetzt. Und damit werden sie auch nicht mehr aufhören. So. Eigentlich, wenn alles, wenn diese Propaganda nicht angeschmissen wäre, wenn Corona nicht so hingestellt werden würde, wie es war und wenn der Klimawandel jetzt auch nicht genutzt wird und diese ganzen Sachen, dann wäre die Welt noch genauso wie vor 10 Jahren, Digga. Wir könnten alle noch frei, harmonisch miteinander leben, Familien und ich rede auch LGBTQ und Feminismus und diese ganzen Sachen, die gerade extrem übertrieben werden, so, ne? Wenn es diese ganzen Sachen nicht geben würde, es sind alles nur narrative Agendas, es ist alles nur eine Sache, die in unseren Köpfen stattfindet, so. Das hat nichts mit der echten Welt zu tun. Die echte Welt wäre noch genauso wie vor 10 Jahren. Das findet nur in euren Köpfen statt, so. Das muss man sich halt klar machen, so. Das muss man sich klar machen. Von 1975, dann ist es ja schon genau so, also, dass sie praktisch einem großen Narrativ aufsitzen, was in den Mittelpunkt, also immer wieder irgendwas anderes stellt. Jetzt ist es halt gerade Klima und Hitze, es kann aber auch was ganz anderes sein und früher waren es auch andere Dinge und immer wieder wird darum gedreht, guck mal hier, wir müssten doch jetzt was machen. Aber der Hintergrund ist eigentlich der, naja, also wenn ihr dumm genug seid, auf dieses Narrativ einzuspringen, dann bekommen bestimmte Institutionen, also eine enorme Macht, ja, die sind ja nicht gewählt, aber haben einen riesigen Einfluss auf die gewählten Vertreter, die ja mittlerweile auch schon machen, was sie wollen. Und so merkt man halt so, ah, das ist also dieses Spiel. Also ganz interessant, Armstrong Economics übersetzt das mal auf Deutsch und sagt, also, Nicole Schwab erklärte, dass die Jugend am einfachsten durch Gehirnwäsche dazu zu bringen sei, diese neue Realität zu akzeptieren. Neue Realität, das ist das, was die uns eintrichtern wollen. Ich weiß nicht. Tio sagt gerade Leon, aber wie viele, die du kennst, haben mitgemacht und es verteidigt? Äh, also in meinem Freundes- und Familienumfeld keiner, so, weil die einfach alle auch noch, ja, realitätsnah denken können und selbst denken können und diese ganzen Sachen, aber natürlich so im weitesten Umfeld, ne, und vor allen Dingen in der Szene, in der ich stattgefunden habe, so YouTuber, Rapper und so, diese ganzen Leute, da eigentlich fast alle, außer ein kleiner Teil. Kann ich an einer Hand abzählen. Ja, so ein Artikel hat null Aussagekraft. Die 40-Grad-Marke wurde in den letzten Jahren viel häufiger erreicht, als noch in den 50er, 60er und 70ern. Das ist entscheidend und nicht, dass einmal in den 70ern die 40-Grad-Marke berührt wurde. Augenwäscherei. Ja, nee, ist klar, Bro. Ab in den Klima-Lockdown, mein Jutzer. Ich hoffe, du bist nicht draußen bei 17 Grad und Regen, ne? Das ist gefährlich. Bleib zu Hause und schön eincremen, auch bei Regen. Wichtig, NPC jeden Mann. Verwirren Sie die Kinder in den Schulen in Bezug auf ihre Identität und stören ihr Selbstverständnis im Kern. Schwabs Tochter weiß, dass Abriegelungen und Machtergreifungen in kürzester Zeit geschehen können, wie sie es ja auch selbst sagt. Sie haben die Massen während der ausgedehnten Pandemie studiert, um zu sehen, wie... Sie haben die Massen... Das hat die Elsch gesagt, ja, sagst du? Die Massen gaben der Angstmacherei nach, verhüllten jahrelang ihre Gesichter und stellten sich selbst unter Hausarrest. Der Vorstoß in Richtung 15 Minuten steht... Regen-Lockdown. Wichtig. Wird es den Globalisten ermöglichen, uns nach Belieben festzuhalten. Und Slaynews.com berichtet mit der Überschrift, die Tochter von Klaus Schwab. Covid war Vorläufer der kommenden Klima-Lockdowns. Das WEF hat die Idee der Klima-Lockdowns vorangetrieben, seit Covid zum ersten Mal auftauchte. In einem vom WEF veröffentlichten Artikel lobt die Organisation, wie Milliarden von Menschen die Beschränkungen einhalten. Das ist hier der Artikel, den ich dir schon vorgestellt habe aus dem September 22, also MyCarbon, auf Deutsch einen Ansatz für integrative und nachhaltige Städte. Die nicht gewählte Organisation argumentiert weiter, dass die Öffentlichkeit unter dem Deckmantel der Reduzierung von Kohlenstoffemissionen dasselbe tun würde. Und jetzt kommen wir in der heutigen Zeit an. Unter dem Titel MyCarbon, ein Ansatz für integrative und nachhaltige Städte, schlägt der Artikel vor, dass dieselbe Taktik verwendet werden könnte, um der Allgemeinen weitere Einschränkungen aufzuerlegen. Das Thema des Artikels ist die Frage, wie man die Menschen davon überzeugen kann, persönliche Kohlenstoffabgabeprogramme anzunehmen. Schwabs Gruppe stellt fest, dass Verbesserungen in der Verfolgungs- und Überwachungstechnologie Das ist das Craziesteste, dass es echt noch Menschen gibt, die wirklich diese Propaganda fressen und NPC-mäßig durch die Welt laufen und alles glauben, was in den Nachrichten erzählt wird. Und das wirklich auch noch verteidigen, weißt du, außerhalb von den Nachrichten so. Das kriegt ja keiner mit. Aber die haben wirklich, das hat die so krass getroffen und die sind so krass in diesem Film gefangen, dass die auch nach außen gehen und das vor allen anderen Menschen, die eine andere Meinung haben, verteidigen müssen so. Du musst es jetzt verteidigen, weil das ist meine Realität. Bro, ist doch alles schön und gut, wenn du so denkst, cool. Lebt gerne so, weißt du. Ich bin gerne so ein freier Typ. Weißt du, ich meine, ich bin gerne einer, der selbst entscheidet, ob er das für gefährlich hält oder nicht, wenn es mal warm ist und die Sonne scheint. Oder wenn eine normale Grippewelle durchs Land rollt. Ich will selber entscheiden. Ich brauche keinen Klaus Schwab, der für mich entscheidet. Brauche ich nicht. Jesus Christ. So. 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 uns eintrichtern wollen, dass ab 30 Grad rausgehend gefährlich ist, dass immer noch ein Großteil, gerade in Deutschland, das mitmachen würde und das ist halt leider die Realität. Was denkt ihr, Freunde? Wenn Klima-Lockdown kommt, werden es ähnlich oder gleich viele Leute mitmachen wie bei Corona oder denkt ihr, denkt ihr, es hat einige Leute aufgeweckt und einige Leute, keine Ahnung, lassen das nicht mit sich machen. Natürlich wird hier schnell wieder versucht, gegenzusteuern und das abzumildern und zu sagen, naja, das ist ja nicht so gemeint und das muss man ja alles auch anders verstehen. Also Snopes.com bezeichnet die Ableitung, dass Klima-Lockdowns kommen werden aus ihrer Sicht als falsch, aber das gibt es ja immer. Also ich glaube, dass vielleicht so 5 bis 10 Prozent mehr Menschen es nicht mitmachen werden, als jetzt bei Corona zum Beispiel. Oder sagen wir mal, es kommt Corona 2.0 einfach so. Ich glaube, wir haben es geschafft, so 5 Prozent, vielleicht 10 mehr bewusst zu machen. Weißt du? Aber der Großteil wird natürlich mitmachen. Also als Erinnerung mal ein Spruch aus der guten alten Zeit von vor drei Jahren, der sich aber immer wieder bestätigt, was ist der Unterschied zwischen einer Verschwörungstheorie und der Wirklichkeit? Sechs Monate. So. Und das ist sogar mittlerweile noch kürzer geworden. Es ist ja alles eingetreten. Klima-Lockdowns. Wer darüber geredet hat, der war ein Verschwörungstheoretiker damals. Und sogar damals wurde ja schon revidiert, wo gesagt wurde, ja, bestimmte Pflichten wird es nie geben und zwei Jahre später so, oh ja, die Pflicht ist ja auf einmal da. Aber also wie gesagt, heute sollte man eben eigentlich ständig denken und auch ableiten, hey, was ist denn meine Erfahrung aus den letzten drei Jahren und davor? Also wenn Politiker etwas behaupten, stimmt das dann auch? Ist das wirklich valide? Sind es integere Aussagen? Sugi sagt gerade, was interessant ist. Die werden, wenn es wieder zu einem Lockdown kommt, eine andere Strategie fahren, sodass es den meisten so gut wie kaum möglich sein wird, nicht mitzumachen. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es dann schon digitales Geld, was man lenken kann, wo man uns einschränken kann oder irgendwelche anderen Kontrollmechanismen. Und so, ne? Aber das war ja schon in der Corona-Zeit sehr hart. Also da haben sie ja auch schon mit allen Mitteln gespielt. Also für Leute, die ein bisschen Freiheitsgefühl haben und teilnehmen wollen am sozialen Leben. Ich glaube, von vielen Leuten, die sich impfen lassen haben, waren da auch einige Leute darunter, die einfach nur normal mitleben wollen. So, weißt du? Und das kann natürlich verschärft werden in Zukunft. Bergen sich denn dahinter Interessen von eben halt NGOs sozusagen? Also wo kommt das Geld her? Wo kommen die... Einer sagt, Inshallah, du kommst wieder nach oben mit 10k Zuschauern. Äh, pfff, schwierig, Digga. Schwierig. Ich weiß ja, was ich machen müsste, damit ich 10k Zuschauer habe, aber das würde ich halt niemals tun. Entweder das Konsumverhalten der Gesellschaft ändert sich im großen Teil und dann werden die kommen oder es bleibt halt so. Aber ich glaube, ich... Ja, man weiß nie, ne? Gott ist groß so, aber ich glaube, die meisten Menschen wollen einfach scharfe sein. Und dann werden die auch scharf Content sich reinziehen, weißt du? Ideen her, wer finanziert wen? Und dann wird es halt eben interessant, vor allem, wenn man halt sieht, naja, ist denn die Politik, die jetzt gerade gemacht wird, eher für uns dienlich? Oder ist es halt ein Deckmantel dafür, dass halt... Also hier wirklich viel... Aber ich bin voll dankbar, weißt du? So. Ja, ist halt so. Ist auch okay. Ich mach das, was ich für richtig halte, so. Dass ich überhaupt Leute damit erreiche und dass Leute das zu schätzen wissen und mich supporten, unterstützen, dabei sind und so, ist doch geil, Digga. Weißt du, wie ich meine? Also ich find das... Ich bin extrem dankbar. Ich muss nicht Millionen Aufrufe oder 10.000 Zuschauer haben und so. Muss nicht, Digga. Wenn kommt, kommt. Wenn nicht, nicht. Ist auch cool, Digga. Hauptsache, ich hab Spaß an dem, was ich tue und ich mach das aus Herz so. Weißt du? Ich bin überzeugt davon. Kaputt gemacht wird und einfach wirtschaftlich und also an anderen Punkten komplett den Bach runter geht. Ja, spannend, was gerade passiert. Eine super spannende Zeit, in der wir leben. Und also wir können halt gar nicht anders, als uns selbst in... Einer sagt gerade, du verkaufst dich nicht gut, Leon. Es gibt viele Leute, die genau mit diesen Themen viel hunderte, tausende Views auf YouTube machen. Ich verkauf mich gar nicht, Bro. Das ist nämlich der Unterschied zwischen mir und den anderen Leuten. Wir als selber halt, also uns Wissen aneignen und halt eben auch... Ich bin einfach ich. Wer Bock drauf hat, soll reinziehen, wer nicht, muss nicht. Alles gut. ... uns dann eben einbringen und sagen, hey, also ich entscheide mich für etwas und dann bringe ich mich halt eben komplett ein. Und es ist aber auch wichtig aufzudecken, dass ja, also bestimmte Institutionen, die sich nach vorne hin als menschenfreundlich darstellen, natürlich einfach nur im Hintergrund ihren eigenen Machterhalt und das auf globaler Ebene im Sinn haben. Und da sollte man natürlich schauen, naja, sollte, also möchte man das gerne unterstützen oder möchte man gerne in eine andere, persönlich bessere Zukunft hineingleiten. Und ja, damit verabschiede ich mich für dieses Video. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Ich freue mich auf deine Kommentare und weiteren Anmerkungen. Und vielen, vielen Dank auch an alle, die mich unterstützen. Wir sehen uns dann in einem meiner anderen Videos wieder. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hau rein, mein Jutzer. Schönes Video. Gut zusammengefasst auf jeden Fall. Tochter von Klaus Schwab. Also, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Habt ihr ja gesehen. So, YouTube, gerne eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Be unique. Dabei war alles, weil dabei war alles, weil wir waren ja schon dabei. Peace out. Gang. So, ich bin. 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 Vielen Dank.